Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wo du es erst mal gespielt hast. Jetzt verstehe ich ja, warum du in 2 Stunden nicht auf Stupe 3 hochkommst. Weil du wahrscheinlich aus wie immer du mit einem anderen Schiff gefahren hast. Mit einem anderen Schiff. Hinten habe ich auch einen. Da und da. Da und da. Tschüss, schon was auf dich. Dich du. Dich du. Dich du. Dich du. Dich du. Dich. Ja, da fließen du zu und schießen. Jetzt ist er mit 19. Und du machst das doch schon mal verwandelt. Wenn man mich abschießen kann, wenn man schießt. Ich fahre nachher nach der Insel je nach oben. Ich fahre nach oben einfach. Ja, man läuft so lang. Leute, ich muss mir so 300 Punkte machen. Ich fahre nach oben. 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 Nein, das kommt ja nicht. Jetzt ist das Stream. Der Strebel läuft, Scheiße. Die große Insel hingestellt. Oh, du bist beschlossen. Der Strebel läuft. Waypoint reached. Der Strebel ist ein verbaut. Der Strebel ist ein verbaut. Die Gründe ist ein verbaut. Der Strebel ist ein verbaut. Die Brüder sind ein verbaut. Das ist ein Hebel, ich sehe ihn nicht mehr. Da schießt er irgendwo aus dem Hebel raus. Oh, da war es noch einer. Nöööööhh. Der Körger ist kritisch verletzend. Körger sind, Herr. Der Körger ist kritisch verletzend. Lass mich leben in dir. Toto! 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 Der auch die Todes. Ich hatte mir jetzt die offene Lugmesser reingefahren. Ich bin doch aus der... Ich hätte nicht rausfahren sollen. Das war's Toad jetzt. Oh, ich drüber sehe sechs Verbesserungen. Verbessern sie verschiedene Systeme des Schiffes, um seine Gefechtsleistung zu verbessern. Verbesserungen beeinflussen alle Module des Typs, die mit diesem Schiff kompatibel sind. Die Anzahl für ein Schiff verwirkbare Verbesserung hängt vom Schiffstyp an und an der Stufe ab. Um ein Schiff zu verbessern, gehen sie an die Schiffsmodulübersicht Bildschirm. Cool. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Verbesserungen. Nein! Wuckel wuckel. Backmodifikation. Hauptfahrtdrehmodifikation. Was? Du kannst ja ein Schiff verbessern. Du brauchst halt einmalig nur Geld. Nee, mach ich nicht. Ich habe doch genug Erfahrung vom nächsten Schiff. Ich habe nichts mehr verdreht. Ich habe es nicht mehr aus. Dtesam ich andere Schiffe. Ich habe es nicht mehr aus. Ist das für ein Schiff. Ich hab nicht gehört. Da, da steht ja, da steht ja auch wieder. Wir haben für die Zunahme irgendwas für ein 1.900 Euro. Eigentlich Kabatschi. Ich muss einen blöden Turm hier noch forschen, da drunter als die Kabatschi hier lief will. Ich muss in 2010 7.900 Euro. Nein, die Kabatschi. Der nächste Schiff. Nein, nicht danach. Ach. Nein. Ich darf das schon. Ich darf das schon. Ich darf das schon. Okay. Okay. Äh, da oben. Kabatschi nicht! Oh, tu dir das für den Gang. Okay. Dann sagst du sowas. Spinnst du? Ah, da steht. Ja, wie viele Punkte gegeben. Also wir sind mittig, da fahren wir zu B. Komm. Einfach zu B. Aber hinter die Insel. Ja. Dann nach oben, zur anderen Insel. Dann sind wir links hier. Ja. Dann fahr ich da oben rum. Ja, dann fahr ich da oben rum. Ja, dann fahr ich da oben rum. Bis ich da drüben bin, ja. Ich bin ein großer Schiff. 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 Ich bin ein großer Schiff.